Hallo, ich heiße Ruby. Aber vielleicht bin ich das gar nicht mehr. Was für einen Unterschied macht es, wie ihr das nennt, was von mir übrig ist. Ich habe meine Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit auf einmal verloren. In einem Augenblick. Zumindest ist das, was ich vor nur ein paar Monaten noch dachte. Von dem Moment an, als ich geboren wurde, führte ich ein märchenhaftes Leben und meine Mutter erzog mich wie eine Prinzessin. Ich hatte alles. Beliebtheit, Charme und einen Dickkopf. Ein bewährtes Erfolgsrezept. Obwohl ich schwierig war, war ich gleichzeitig wunderschön und es schien zweifellos, dass ich eine erfolgreiche Karriere als Model vor mir hatte. Aber eines Abends änderte sich alles. Am Vorabend meines Abschlusses holte mich mein Freund Chris in seinem brandneuen Porsche zu Hause ab. Chris fuhr uns eine schnurgerade Straße entlang. Zur gleichen Zeit fuhr ein betrunkener Elektriker namens Harry ohne Licht wie ein Wahnsinniger mit 160 kmh direkt auf uns zu. Chris sah ihn zu spät, um noch auszuweichen. Sein Truck hat den Porsche buchstäblich zerquetscht. Sofort fing unser Auto Feuer. Chris und der Fahrer des Pickups starben auf der Stelle und ich lag für eine Ewigkeit mit meinem Gesicht auf dem schmelzenden Wrack des Autos. Ich wurde zusammen mit einem Teil des Armaturenbretts, das mir ins Gesicht geschmolzen war, ins Krankenhaus gebracht. In den nächsten 72 Stunden hatte ich sieben Operationen. Ärzte trennten den Kunststoff von meinen Muskelfasern. An manchen Stellen schafften sie es sogar, Hautreste zu bewahren, retteten ein Auge, öffneten meine Lippen, die zusammengeschmolzen waren. Mein Nasenbein war wie ein Puzzle in Dutzende von Stücken zerbrochen. Meine gebrochenen Arme und Beine wurden fest in Gipsverband gepackt. Sie konnten zum Teil sogar mein Gehör retten, aber ich verlor dauerhaft die Fähigkeit zu sprechen. Als ich drei Tage nach dem Unfall endlich aufwachte, spürte ich nur noch Schmerzen überall. Ich hatte so viele Schmerzmittel bekommen, dass ich nicht wusste, wer oder wo ich war, warum ich hier war und wer all diese Leute waren, die an meinem Bett weinten. Ich werde nie den Moment vergessen, in dem ich zum ersten Mal seit dem Unfall in einen Spiegel geschaut habe. Es geschah im vierten Monat meines Krankenhausaufenthaltes. Als die Krankenschwester die Bandagen von meinem Kopf entfernte, könnte ich schwören, dass ich zwei zusätzliche Falten auf der Stirn meiner Mutter erscheinen sah. Der Spiegel war rund und mein Spiegelbild sah aus wie ein verbrannter Pfannkuchen mit Löchern für Augen-, Mund- und Nasenlöcher. Während meines gesamten Krankenhausaufenthalts sprach niemand ein Wort über meine Verletzung. Alle trösteten mich und sagten, alles wird gut oder du wirst das durchstehen. Aber ich konnte nicht damit leben, dass ich mein Gesicht in einen gruseligen, hautlosen Schädel verwandelt hatte. Ich konnte nicht glauben, dass dieses abscheuliche Wesen im Spiegel tatsächlich ich war. Ich schrie und wedelte mit den Armen und warf alle aus meinem Zimmer. Ich musste schreien, etwas kaputt machen, um meine Wut und meinen Schmerz zu beseitigen. Ich zerschlug mit einem Spiegel eine Glasvase. Ich stellte mir vor, ich würde das Gesicht der Person zerbrechen, die mein Leben gestohlen und es in Stücke gerissen hatte. Das Märchen war vorbei. Die Prinzessin war ein Monster geworden. Und diesmal war es für immer. Wahrscheinlich war in diesem Moment alles, was die Welt über die alte Ruby wusste, verschwunden. Als sie mich aus dem Krankenhaus entließen, wurde ich ein Geist unseres Landhauses. Ich wollte keine der Realitäten meines neuen Lebens akzeptieren oder jemanden aus der Außenwelt sehen. Ich wollte von niemandem gesehen werden. Ich wollte nur noch wieder die alte Ruby sein, an dessen Gesicht ich mich jetzt manchmal nur schwer erinnern konnte. Ich begann wieder auf Instagram zu bloggen, alte Fotos zu posten und über mein faszinierendes Leben zu sprechen. Schließlich machten meine Eltern einen Termin mit einem Psychotherapeuten, einem Spezialisten für verstümmelte Menschen wie mich. Dr. Sally war sein Name. Super, noch ein engstirniger alter Mann, dachte ich, als ich seinen Namen hörte. Ich stimmte jedoch zu, ihn zu treffen, aber unter einer Bedingung. Unser Treffen musste im Dunkeln stattfinden. Er stellte Fragen und ich beantwortete sie. Ja, Stille, Nein, Klatschen. Die ersten zehn Fragen waren typische, lebensbejahende Parolen, als würden sie von einem Stück Papier gelesen. Nach jeder von ihnen klatschte ich und dachte, warum habe ich dem zugestimmt? Aber dann kam die nächste Frage und ich hielt inne. Dr. Sally fragte, Ruby, denkst du, dein Leben ist vorbei? Ich wollte klatschen, aber ich konnte nicht. Dann fragte er, glaubst du, dass es keine einzige Chance gibt, zurückzukommen? Auch nur ein kleiner Teil deines früheren Lebens? Bist du sicher, dass niemand jemals deine Schmerzen verstehen kann? Auf all diese Fragen folgte völliges Schweigen von mir. Wenn ich die Antworten auf diese Frage finden wollte, sagte Dr. Sally, müsste ich das Licht anmachen. Als ich das Licht anmachte, sah ich einen Mann, dem eine Nase fehlte und der aussah, als wäre er aus vielen Teilen zusammengenäht, Narbe auf Narbe. In diesem Moment verstand ich, Dr. Sally war der Einzige, dem ich vertrauen konnte. Er verstand mich. Wir trafen uns jede Woche. Es schien, als könnte er meine Gedanken lesen und ich schwieg einfach und hörte zu. Er sprach auch über seine Familie und seine Kinder und darüber, dass er sich weigerte, eine Gesichtstransplantation zu bekommen. Denn mit einem neuen Gesicht, dachte er, würde er Leuten wie mir nicht mehr helfen können. Meine Treffen mit Dr. Sally hauchten mir neues Leben ein. Ich gab ihm mein Wort, nicht aufzugeben. Ich werde niemals das Versprechen brechen, das ich ihm gegeben habe. Morgen ist meine Gesichtstransplantation und dies wird mein erster Schritt in Richtung eines neuen Lebens sein. Wer weiß, was für ein Mensch ich mit meinem neuen Gesicht sein werde. Das ist aber gar nicht so wichtig. Mein altes Gesicht zu verlieren, half mir schließlich, mein wahres Ich zu finden. Bitte teilt meine Geschichte mit euren Freunden, wenn ihr sie hilfreich oder interessant fandet.